Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Letzte Woche habe ich ja schon darüber berichtet und diesen Montag ist es wieder passiert. Als die Zeit gekommen war, das Skript für die dieswöchige Podcast-Episode zu schreiben, da wollten die Ideen wieder nicht kommen. Mein Kopf ist immer noch leer und ich hänge immer noch ganz schön in den Seilen und bin einfach mal kreativ erschöpft. The struggle is real. Wenn du dich fragst, warum, dann hör gern mal in die Podcast-Episode Nummer 106 von der letzten Woche rein. Da erzähle ich, warum. Weil ja schon letzte Woche die Inspiration gestreikt hat, habe ich schon seit letztem Freitag Ausschau gehalten nach einer guten Idee. Aber sie kam einfach nicht. Alles, was mir einfiel, erschien mir irgendwie platt und langweilig und irgendwie so zu wenig. Meine Folgen sind ja nicht super lang, aber auch 15 Minuten wollen ja mit irgendwas gefüllt werden. Am Anfang dachte ich noch, ja, null Problemo. Ich habe ja für diese Fälle von Ideenstreik eine Themenliste mit möglichen Themen. Da suche ich mir einfach am Montag was Passendes raus. Aber diese Woche Montag fühlte sich einfach mal nichts passend und richtig an. Vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Berufsalltag als Illustratorin oder Designerin. Die Ideen wollen nicht so richtig kommen und die Deadline rückt immer näher. Was machst du dann in so einem Moment? Irgendwann habe ich dann widerwillig angefangen zu schreiben. Montagnachmittag, einfach weil für meinen Zeitplan die erste Fassung der Podcast-Episode Montagabend fertig sein muss. Das Loslaufen passierte mit großem Widerstand und dem konstanten Bedürfnis, alles, was ich gerade aufs Papier gebracht hatte, wieder zu löschen. Aber eins habe ich gelernt in über zwei Jahren wöchentlicher Content-Produktion, gerade in Blockaden ist Löschen einfach mal nicht erlaubt. Also habe ich immer weitergeschrieben und versucht, die weißen Blätter irgendwie zu füllen. Alle Ideen, die ich hatte, reichten, um so ein halbes A4-Blatt zu füllen, aber eben nicht für die vier Seiten, die ich mindestens für eine Episode brauche. Nach einer Stunde hatte ich fünf verschiedene Themen, alle etwa eine halbe Seite lang und die hatten alle nichts miteinander zu tun und ich hatte ziemlich geraufte Haare. Ich sage nur Nestfrisur. Und das Schreiben lief total holperig. Üblicherweise sieht mein Schreibprozess so aus, egal ob ich ein Podcast-Skript schreibe, eine Pitch-Präsentation oder auch ein Buch. Der Schreibprozess teilt sich in verschiedenen Phasen auf und hört sich in etwa so an. Schreiben, 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 kurze Pause, laut vorlesen, umschreiben, Textteile an eine andere Stelle kopieren, reinstrecken, umschreiben, erst mal stehen lassen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Diesmal sah das Schreiben eher so aus. Wieder will ich schreiben, laut vorlesen, Haare raufen, Thema ziemlich doof finden, Thema verwerfen. Kurz im Studio rumlaufen, neu anfangen, schreiben, kurz im Internet prokrastinieren, schreiben, Thema doof finden, Thema verwerfen, Zähneputzen gehen, mit dem Schreiben wieder beginnen, Haare raufen, verwerfen. Es hat sich einfach mal gezogen wie Kaugummi. Weil Löschen ja verboten, mal wuchs das Dokument trotzdem an. Nach zwei Stunden, die gefühlt irgendwie der ganze Tag waren, hatte ich etwa drei, vier Seiten mit diversen Textfragmenten und separaten Ideen gefüllt. Und ich wusste einfach, dass viele Teile davon am Ende in der Tonne landen würden. Irgendwann, in der Zahnputzpause, wurde es langsam stressig. Ich stand so im Bad, guckte mir irgendwie beim Zähneputzen zu und dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich nur? Ich habe nur noch zwei, drei Stunden Zeit und ich muss irgendwas Brauchbares in dieser Zeit produzieren. Hier meine kurze Randnotiz in eigener Sache, weil es thematisch so ein bisschen passt. Wenn du beim Zuhören merkst, dass du auch ab und an denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich nur? Ich weiß nicht so richtig, was der nächste sinnvolle Schritt für mich ist. Dann konsultiere doch mal deinen Guide für deinen nächsten Schritt. Ich habe ein Quiz entwickelt, mit dem du mit der Beantwortung einiger weniger Fragen ganz schnell und leicht herausfindest, was bei dir gerade ansteht als nächster Schritt. Und der Knaller ist, dass du mit dem Ergebnis auch noch eine Playlist mit passenden Podcast-Episoden bekommst, die dich beim Machen dieses nächsten Schrittes unterstützen. Wenn du Lust darauf hast, dann mach das Quiz unter www.diegutemarbe.de slash quiz. Das ist Q-U-I-Z, Quiz. Genau, Randnotizende. Okay, ich stand da also im Bad, raufte mir schon wieder die Haare und dachte, wie gesagt, auf einmal, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann war er auf einmal da. Tada, der Gedanke. Einfach nur weitermachen. Eine Stimme in meinem Kopf sagte, wenn du heute noch mindestens zwei Stunden schreibst, dann wird irgendwas Sinnvolles dabei herauskommen. Trust me. Das Einzige, was du gerade tun kannst, ist weiterzumachen und so viel wie möglich zu schreiben. Das erste Mal habe ich dieses Quantität-vor-Qualität-Konzept im Buch The Artist's Way von Julia Cameron kennengelernt. Dort sagt die Autorin, dass wir als kreative Menschen nicht für die Qualität unserer kreativen Arbeit verantwortlich sind, sondern nur für die Quantität. Julia Cameron geht hier einen spirituellen Weg und gibt die Verantwortung für die Qualität der kreativen Arbeit an eine höhere Macht ab, die sie The Great Creator nennt. Diese höhere Macht können wir bitten, uns zu begleiten und zu leiten, aber wir können sie nicht kontrollieren. Ob dich dieser spirituelle Ansatz unterstützt, das kannst nur du entscheiden. Allerdings finde ich Julia Camerons Haltung zu diesem Quantität-versus-Qualität-Konzept echt hilfreich, ganz egal, ob mit oder ohne höhere Kreative Macht. Das Einzige, was wir kontrollieren können, ist die Masse, die wir produzieren, die Quantität. Und mit diesem Gedanken hatte ich auf einmal wieder Zuversicht, denn auch wenn ich mir nicht sicher war, ob heute irgendwas Brauchbares auf dem Papier landen würde, wusste ich, dass ich es hinbekomme, nach zwei Stunden mindestens mein Bestes zu geben. Das kann ich kontrollieren, dafür kann ich selbst sorgen. Aber dazu braucht es Vertrauen in dich und deinen eigenen Weg oder bei mir in mich und meinen eigenen Weg. Vor allem dann, wenn das, was du gerade überblickst oder in meinem Fall, was ich gerade überblicke, nicht das ist, was ich gerade sehen möchte. Bei mir war das das gerade sichtbare Ergebnis auf meinem Blatt und das entsprach einfach mal nicht meinem eigenen Qualitätsanspruch. Ganz im Gegenteil. Das Einfach-Weitermachen ist ein bisschen so, wie mit einer kleinen Taschenlampe durch die stockfinstere Nacht zu laufen. Das Licht reicht, um nur etwa einen Meter weit zu sehen und danach verschwimmt alles in der Dunkelheit. Ohne eine Portion Mut und auch eine vielleicht noch etwas größere Portion Vertrauen, dass du das hinbekommst, klappt das einfach mal nicht. Und sogar mit dem Mut und dem Vertrauen ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass du dich gegebenenfalls auch mal verläufst oder mal zum Beispiel im Kreis läufst. Denn es ist ja einfach mal pechschwarze Nacht, stockfinster. Verlaufen passiert ja nicht nur im Wald, sondern ab und an auch im kreativen Schaffensprozess. Denn kreatives Schaffen ist eben oft auch eine Wanderung durch die stockfinstere Nacht mit einer kleinen Taschenlampe. Es ist also eben so oft kein direkter Weg von A, der tollen Idee, zu B, der innovativen Lösung, sondern es ist ganz oft eine lange Schlangenlinie mit diversen Umwegen. Die konkrete Idee ist häufig einfach nur der Startpunkt zu einem Ergebnis, das du gar nicht hättest erahnen können beim Loslaufen. Zumindest ist das bei mir so. Ich komme öfters mal in meiner kreativen Arbeit ganz woanders an, als ich beim Loslaufen gedacht und geplant habe. Gute Ideen sind trotzdem natürlich super wertvoll, aber ich glaube, dass viele Kreative, die mit ihrer kreativen Arbeit ihr Geld verdienen, die Rolle, die die gute Idee für das Endergebnis spielt, einfach mal ganz oft überschätzen. Innovation entsteht erst oft beim Machen. Sie ist in den wenigsten Fällen gleich von Anfang an da. Deshalb kann die Idee am Anfang sogar mittelmäßig und sogar schlecht sein. Wenn du weitermachst, kann daraus etwas ganz Großartiges werden. Und ohne weitermachen bleibt doch die tollste Idee nicht mehr als eine tolle Idee. Während ich also so ganz tapfer meine zwei Stunden mit Schreiben füllte, habe ich mich dann auch gefragt, was eigentlich so schlimm am mit der Taschenlampe durch die stockfinstere Nacht zu laufen ist. Ich hatte ja Zeit, genau genommen zwei Stunden, in denen ich einfach nur weitermachen wollte und deshalb dachte ich, okay, ich schreibe einfach mal auf, was sich eigentlich daran gerade so unangenehm anfühlt. Natürlich kann ich da nur für mich sprechen, aber bei mir war das so eine bunte Mischung verschiedener Dinge. Ungewissheit war eines dieser Dinge. Nur etwa einen Meter weit in die dunkle Nacht hineinsehen zu können, fühlt sich gefährlich an. Was ist, wenn ich mit dem nächsten Schritt vom Weg abkomme, stolpere oder in einen Heidelbeerbusch falle oder noch schlimmer auf eine Schnecke trete? Aber wahrscheinlich wäre das alles hinnehmbar, wenn das Ende des Weges sichtbar wäre. Ist es aber nicht in der stockfinsteren Nacht. Die Taschenlampe erlaubt einigermaßen sicher den nächsten Schritt zu gehen, aber wo der Weg hinführt, ist einfach mal nicht klar. Auf den kreativen Prozess übersetzt bedeutet das, nicht zu wissen, wie das Endergebnis aussehen wird, fühlt sich einfach mal total unangenehm an. Aber warum eigentlich? Auch hier kann ich nur für mich selbst sprechen, aber ich weiß, dass bei mir eine Erwartungshaltung da ist. Ich habe eine gewisse Erwartung an das Endergebnis meiner Arbeit und auch wenn die Erwartungen so ein bisschen schwierig sind, weil sie ganz oft Druck erzeugen, ist die Erwartungshaltung hier noch nicht mal das Problem. Das Problem sind die Zweifel, ob die Erwartungen erfüllt werden und die Bedingungen, die da dran hängen. Würde ich davon ausgehen, dass ich egal was passiert, an einem brauchbaren Punkt ankommen würde und meine Erwartungen erfüllen würde, wäre die Ungewissheit einfach mal keine große Sache. Erst die Zweifel machen die Ungewissheit zu etwas Quälendem. Deshalb lass uns nochmal genau nachschauen, was Zweifel eigentlich im Kern sind. Wikipedia beschreibt Zweifel als einen Zustand der Unentschlossenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen. Im Taschenlampenbeispiel bedeutet das, dass die gesamte Unternehmung infrage gestellt wird. Wir haben uns da einfach noch nicht hundertprozentig entschieden, diesen Weg zu gehen und hinterfragen, ob es grundsätzlich eine gute Idee ist. Und in meinem ganz konkreten Fall ist es die Unentschiedenheit zwischen der Annahme, dass ich es schaffen kann, heute ein interessantes Skript zu schreiben oder der Annahme, dass es wahrscheinlicher ist, dass ich scheitern werde. Als mir das so bewusst wurde, dachte ich, was, das ist nicht gut, das gilt es zu ändern. Ich will mir doch selbst vertrauen. Erstens weiß ich, dass ich Podcastfolgen schreiben kann. Ich habe das schon wirklich oft gemacht und gleichzeitig ist Vertrauen aber ja auch immer so ein Sprung ins Ungewisse. Vertrauen bedeutet ja, dass man nicht weiß, was passiert. Hier gilt es ja eigentlich nur, eine Entscheidung zu treffen, um die Unentschiedenheit und somit die Zweifel zu beenden. Denn beide Annahmen sind ja genau das. Annahmen. Weder Fakt noch Realität. Zumindest noch nicht. In den letzten Jahren habe ich eine gute Übung dazu gefunden, die es deutlich leichter macht, die Zweifel gehen zu lassen und mit der Taschenlampe durch die stockfinstere Nacht zu laufen mit ganz viel Zuversicht. Die Übung heißt, so tun als ob. Wenn du so tust als ob, dann stellst du dir vor, so bildhaft wie möglich, wie es sich anfühlen würde, wenn du mit vollstem Vertrauen und mit ganz viel Zuversicht deine Ziele angehst. Du nutzt also die Kraft der Visualisierung und programmierst damit, mit natürlich Zeit und Wiederholung, dein Nervensystem um. Deshalb unterscheidet sich die so tun als ob Methode von fake it till you make it, wo ihr allein schon durch die Formulierung fake bzw. Täuschung das Imposter-Syndrom irgendwie mit reingestrickt ist. Bei mir bedeutet die so tun als ob Methode heute, dass ich mir vorstelle, wie ich mich verhalten würde, wenn ich Vertrauen in meine Fähigkeiten hätte, dass ich das mit der Podcast Folge in der wenigen verbleibenden Zeit einfach mal wuppe. Die Frage ist dir also, was verändert sich, wenn ich so tue als ob oder wenn du so tust als ob? Was würde sich denn verändern? Bei mir wäre auf einmal der Druck weg. Ich würde gelassen einfach weitermachen und wissen, dass alles, was ich hinbekomme, genug sein würde. Und was bedeutet es beim Taschenampenbeispiel im Wald? Wenn du so tust als ob, dann stiefelst du einfach mal frohen Mutes durch die Nacht, weil du darauf vertrauen wirst, dass du deinen Weg durch den Wald findest. Durch die so tun als ob Methode fokussierst du dich auf die nächste konkrete Aufgabe, auf den nächsten Schritt um den nächsten Heidelbeerbusch herum und nicht auf das Schneckenhorrorszenario. Dadurch ist einfach mal mehr Aufmerksamkeit da, denn mal ganz ehrlich, sich Gruselgeschichten auszumalen, kostet einfach mal Energie und Aufmerksamkeit. Und deshalb jetzt mal die Frage an dich, wo läufst du denn gerade mit einer Taschenlampe durch die stockfinstere Nacht und welche Zweifel hast du dabei? Und was wäre denn, wenn du so tust als ob? Wenn du so tust, als ob du mit vollstem Vertrauen und mit einer großen Portion Zuversicht deine Ziele erreichst, wie würdest du dich verhalten und wo würdest du dich vielleicht anders verhalten als jetzt gerade? Und was wäre denn, wenn du dir einfach mal nur für heute erlaubst, dich einfach mal so zu verhalten? So, das wäre mein Tipp für heute und ich möchte dir natürlich auch berichten, wie es bei mir dann noch weiterging. Denn ich habe dann so getan, als ob, ich habe meine zwei Stunden gefüllt, aber ich habe ganz ehrlich noch den ganzen Dienstag weitergemacht und noch fünf weitere Versionen gebraucht, um das heutige Skript zu schreiben. Es mag nicht meine beste Podcast-Folge sein, aber ich habe weitergemacht, sowohl im Moment als auch langfristig. Denn ganz ehrlich, Quantität sticht Qualität auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, zum Beispiel auch im Bereich Akquise und wenn es um Positionierung geht und wenn es um Sichtbarkeit geht und darum, dass du mit deiner Sache raus in die Welt trittst. Das heißt, auch da gilt es, so tun als ob und einfach weitermachen. Wenn du jetzt merkst, so ja, das will ich, ich will einfach weitermachen, ich will so tun und als ob und damit meine Ziele erreichen, dann lade ich dich jetzt auch nochmal ganz herzlich in die Portfolioakademie ein. Die Portfolioakademie ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für DesignerInnen und IllustratorInnen und darin positionierst du dich und zwar nachhaltig, also sowohl künstlerisch wie auch wirtschaftlich und darin gebe ich dir Tools an die Hand, wie du genau das machst, wie du es dir leichter machst, weiterzumachen. Da gibt es nämlich so ein paar Tipps und Tricks, mit denen es wirklich, wirklich einfach mal leichter ist, immer weiterzumachen, Erfolge zu sehen, Erfolge zu feiern, auch die kleinen und damit über kurz oder lang bei deinen Zielen anzukommen. Die nächste Portfolioakademie startet im September 2024 und du bist herzlich eingeladen, dich ganz unverbindlich in die Warteliste einzutragen. Dann bekommst du alle Infos zur PA als allererstes und du bekommst sogar zusätzlich auch noch ein Special-Wartelisten-Angebot, bevor die Türen sich ganz offiziell öffnen. Dieses Jahr waren die 35 Plätze relativ schnell vergeben, deswegen ist es eine wirklich gute Idee, sich auf die Warteliste einzutragen. Alle Infos dazu findest du auf www.diegutemappe.de Und damit wünsche ich dir für heute alles Liebe, ich bin gespannt, was du mit diesen heutigen Impulsen machst und was sich für dich verändert, wenn du einfach mal so tust als ob. Wir hören uns wieder nächste Woche, ich freue mich auf dich, bis dahin, tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Show Notes. Auf meiner Seite www.diegutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen, um dein Portfolio zu überarbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser, sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst, dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke dir jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020